Und weiter geht's mit Amazing Ninja. Nein! Dumm, wir laufen auf jeden Fall. Wir probieren gleich nochmal. Oh, das war auch eine knappe Kiste, würde ich sagen. Los, Jeter! Nein! Der hätte ich auf jeden Fall nur eh mal springen müssen. Das wäre auf jeden Fall sinnvoller gewesen. Aber daraus lernt man natürlich. Yeah, läuft auf jeden Fall richtig bombastisch gerade. Nein! Eine knappe Kiste. Ich probiere es einfach nochmal. Das war auf jeden Fall mein Rekord. Nein, Mann! Auf jeden Fall solltet ihr mal darauf achten, dass er nicht kurz vorm Gegner ankommt mit eurem Sprung, weil dann seid ihr auf jeden Fall richtig am Arsch. Auf jeden Fall eine übergeile App, finde ich. Grafisch zwar nicht so der Burner, aber so vom Spielstil und vom Spaßfaktor auf jeden Fall hammergeil. Nein! Na gut, eben mal probieren wir es noch. Na, der war ja auch richtig bitter. So, dann geht es auch weiter. Na ja, das war es schon wieder. So schnell geht es. Da kommt gleich mal ein bisschen Werbung. So, dann machen wir auch gleich mal weiter. Und dann machen wir auch noch mal ein bisschen was. So, dann machen wir auch mal ein bisschen was. Richtig geil, diese App. Nein! Gut, habt ihr auf jeden Fall wieder gesehen, wie es ab geht. Mein Rekord liegt jetzt bei 18. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann schaltet natürlich beim nächsten Mal wieder ein. Cool wäre es, wenn ihr euch auch ein paar andere Apps von mir anschaut. Ich habe schon ein paar hochgeladen, also ein paar verschiedene. Von daher wäre es auf jeden Fall eine feine Sache. Und vergesst nicht, wenn ihr noch ein bisschen was von mir sehen wollt, dann abonniert mich, um noch ein bisschen was anderes von mir zu sehen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao. Ciao. Und jetzt noch ein bisschen.